Ein Klassiker unter den Verbotsschildern. Hier darf ich nicht herlaufen. Also hier darf gar kein Mensch herlaufen. Also Menschen sind hier verboten. Normalerweise der Klassiker hat nur den runden Kreis und dann dürfen keine Fahrzeuge durch. Und um deutlich zu machen, dass Menschen hier nicht herlaufen dürfen, dafür wird ein Mensch drauf gezeichnet. Hier geht es nicht mehr, weil die Treppe gesperrt ist, weil die saniert ist. Also an Baustellen findet man dieses Schild relativ häufig mit dem Menschenverbot. Tja, Verbote, sie sind überall. Und weil Verbote überall sind, werden sie gesammelt und erklärt. In diesem Buch. Dieses Buch gehört verboten. Also dieses Buch gehört all den Verboten, über die darin berichtet wird. Frank überall. Es ist untersagt. Warum Verbote uns verwirren und warum wir sie trotzdem brauchen. Jetzt im Buchhandel. hinweg im Buch. Vielen Dank.